So, nach einer kleinen Pause sind wir jetzt wieder da. Oh! Schauen wir doch mal, was das alles gibt. Ich bin so geil, dass die Kleine immer mit mir noch läuft. Das ist komisch. Obwohl es sogar eingeschaut ist, dass es meine Ziele unterstützt. Willkommen! Äh, kennen wir schon alles? Der Rechte wird Rüstungen verkaufen. Aber warum gibt es so die gleichen wie in den anderen? Uh, nein, das ist ein... Mischi. Oh, meine. Zehn. Meine. Cool. Okay. Wer geht denn das? Hör mal auf. Ich denke mal, dass wir auch eine reinverstanden können. Noch am Lager. Schau mal. Muss man vor allem vielleicht nicht mein Brenn putzen. Hehe. Ähm, nein. Kann man nicht auch. Ja. Weil machst du Augen auf. Oh, ohne Brenn sag ist nicht äter. Zähne. Zähne. Blindfisch. Ja. 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 Schmarrer. Äh. Bon voyage! De bon voyage! De bon voyage! Oh Gott! Oh Gott! Warte! Warum haben wir den nicht damit dabei? Alter, ist das nicht der? Ist das nicht... Der schaut raus wie einer von den Kanonisch packen, oder? Ja. Äh. Was hab ich gerade gesagt? Ach heute einmal nicht, oder? Ja. Ja, läuft! Komm. Bolz! Go, go! Aber... Super Kanone Mark Chalk 2! Okay. Jetzt war's fertig. Das heißt, ich geb es mir immer was bringen. Jetzt gibt's doch Kanone... Pfff! 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 Äh. Ja, nein. Alles klar. Alles klar. Dann... Kurze, fix... Dann... lernen wir mal, wie wir Treppen aufhüge. Und dann... Ist das das ganze durchgewinnen, oder was? Gibt's... Gibt's aus? Okay, dann... Duschbüme... Da noch eine. Oder war das das? Nein, das ist ein anderer. Das wird der... Das wird jetzt der Ding sein. Rüsi? Hm... Ich hab da aus den Rackschirmes. Oh, 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 oh! Was ist das Neues? Das ist gehartes... Ach so... Leder? Hast du gehört, oder? Tatzenmütze, das glaub ich, gehört der Kleiner, oder? Ja, Haareff. Meins. Äh, von 15 auf 18? Ja. Man hat ja eine gewisse Grundverteidigung wahrscheinlich. Ach, zählt dir das zur allgemeinen Verteidigung mit dazu? Dass man 19 hat, und dann tut er halt das noch dazu, was der Kopf bringt. Genau, glaub ich auch. Hm. Okay, das hab ich grad gesehen. Ich kann die anderen auch ausrüsten jetzt da. Das ist sehr cool. Na gut, äh, kauf aber nicht. Na, ich hab's gar ausgerüstet. Partner ausrüsten, oder? Äh, rechts. Ruf. Na, doch nicht schon. Ich hab noch keine Ahnung. Ja, das regnet dich jetzt echt immer mit dazu? Hää! Wenn das nicht immer so lange dauern würdet. das ist den grünen war ja gut Und duscht mir mal raus Geht mir da raus Da Oder? Dann lass uns ja vorbei Schauts mal, das ist ein Trigger Aber wie der hieß, das war doch der, ja genau Oder der Koppelern Ja Passt Also hieß du, oder wie? Oh anscheinend, ja Oh Papa Heute Zum Bels 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 reflexe er haben schon mal gute ausweichschance kunden glaubt dass ich von dem her nicht wirklich extrem vergnet hat fleischfetzer das gibt sich halt einfach nicht zum ticken das ist wahnsinn aber es ist ja immer wieder treffern um oder um? also um ist ja bloß das ding oder? oh nein das ist echt eine hülle bergschlucht, also ich wippe dir da müssen ob man irgendwie hier aber da ist kein wenigstens schon mal was zum retz.. äh zum spy haben retzen? ja retzen wahrscheinlich dann auch so, muss es noch mal rausgehen oder muss es noch weitergehen? ich will schon mal rein schauen jetzt hier neuerisch bist du wieder eingegangen? nach unten halt also nach unten woher ich oh könnte Boss werden äh, wat? ist das ein agieren von deinem Clan oder da? äh 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 bünn bünn werfen ja mii oder sind wir nur.. ja aber okay mit unfett da mal oder? kann man immer noch mal hören wenn es wirklich ist schrei uff hće alles klar Oh, die Steel Toys? Lass die Steel Toys los! Was haben denn Steel Toys? Oh Gott. No! Hammerdammer! Kilroy und Greuers! Ich bin die One-Hitted-One. Fuck you! Ist das ein Skript? Ja, ich kann nämlich nicht sterben. Ah, wenn du da bist, kriege ich. Ach so. Opa, also wenn... Wo ist, wenn ich da bin? Wenn ich da bin, kriege ich deinen. Ja, dann schmeiß ich mal was. Ja, ich würd lieber nochmal... nochmal... den anderen Weg nehmen. Das ist mit... das ist nur zu sparen. Okay, wir haben ein letztes Ding, oder? Eines hätten wir ja. Jetzt haben wir es ja nicht mehr. Weisst du nicht. ...also, ich... erstens einmal. Nur mal deinen Schlag her. Erstens, haben wir vergessen wahrscheinlich zum Mekrypten die anderen zwei, oder? Ja, das ist ja so. Wir haben uns gequipt. Uh. Bist du sicher? Weil ich so denkt. Also du hast da eine Aufmerksamkeitsspanne vor... ...Eintragsfliege. Kannst du eventuell noch mal überschmeißen, hm? Geht und ja. Gut, dass das Instinkt geht. Okay, man kann doch ein bissel warten. Ja. Aber nicht, wenn es ein Zauber ist. Nein, Zauber... nicht. Ich mag IP haben, verdammt. Hoffentlich kriegt er jeder... ...Jeder IP. Ja, jeder kriegt IP. Das war jetzt aber ein Boxman. Ey, ich kann doch nichts machen, wie nicht gewone-hitted wird. Ja, nein, es hat sich einfach umgefohlen. Das ist voll der Bullshit eigentlich. Die Klo. Ah. Hä? Also. Oh no. Okay. Okay, jetzt weiß ich, wo es nach unten geht. Lauf außenrum, weil die Brücke kaputt ist. Hä? Ja. Wo die zwei haben sie aber auch gehen. Hm? Hm. Okay. Ähm. Das heißt... ...Select... ...Select? Na. Ach, du hast sie jetzt. Jetzt das. Ah. Okay. So funktioniert das. Gutey. Ähm. Seid es mich interessieren? Was denn? Ähm. Ja. Die Statistik. 166 auf Level 7. Ähm. Ich bin von Hause schon mal ein wenig früherer Level ab geworden, wie ich es. Äh, ja. Also kannst du es... Das glaube ich natürlich. Also entweder oder. Glaube ich auch passt. Kann sein. Du bist immer relativ, wenn wir im Level ab irgendwie von Hause schon so waren. Ja, richtig. Na ja, ich bin recht. Passt bis jetzt, oder? Meist mir klar. Hallo, ich bin